So, da sind wir auch schon bei der letzten Aufgabe für heute, nämlich eliminiere Spieler in Menschen auf Power. So, aber kurz eine eigene Sache noch. Ihr seht ja, hier unten die Ressourcenaufgabe, leider immer noch 0 von 500 und die auch 0 von 100.000. Die Aufgaben sind derzeit leider einfach noch verbuggt. Sobald die funktionieren, werde ich meinen Titel einfach ändern von dem Video, was ich bereits hochgeladen habe. Aber das habe ich jeweils auch schon im Video gesagt, also nicht wundern, dass da halt noch derzeit nichts funktioniert. Dafür funktioniert hier oben die Aufgabe, darüber habe ich aber eben auch schon ein Video hochgeladen, dass es nämlich jetzt funktioniert. Aber jetzt geht es in dem Video halt um eliminiere Spieler in Menschen auf Power. So, dafür müsst ihr euch auf jeden Fall schon mal einen zweiten Spieler mitholen. Ich habe mir jetzt aus der Community einfach den Ganesha 2 mitgeholt. Jetzt darfst du gerne winken, falls du winken darfst. Kannst, er kann nicht winken. So, dann würde ich mal sagen, gehen wir auch direkt rein. Wie gesagt, drück schon mal bereit. Kann er bereit drücken. Also, ich gehe jetzt einfach schon mal rein. Das Problem ist, ich habe ihn halt extra stumm gestellt, weil seine Mutter ist im Hintergrund am rumreden und bla bla bla. Und ich kann jetzt nicht der Frau verbieten, sei mal ruhig. Und man weiß es ja auch, gewisse Geräusche will YouTube nicht haben. Aus dem Grund einfach stumm gestellt. Im Stream ist es immer noch was anderes, aber wenn ich ein Video hochlade, könnte es da schon zu größeren Problemen gehen. So, falls ich dir auch mit dem Video schon mal geholfen habe und schon mit Videos davor, gerne mal ein Abo dalassen. Kostet dich nichts, unterstützt mich. So verpasst du auch nichts. Weil, wenn es ums Verpassen geht, geht es halt auch um die Skins, die ich verlosen werde. Nämlich am Freitag zwischen 18 und 19 Uhr werde ich definitiv einen Skin verlosen. Also, von da aus her schon mal auf jeden Fall da da sein. Und, wie ihr seht, oben links, mir auf jeden Fall eine Freundesanfrage schicken. Weil, ich kann nur Freunden einen Skin verschenken, mit dem ich schon zwei Tage befreundet bin. Von daher, gerne eine Freundesanfrage schicken, Abo dalassen, auch gerne ein Like dalassen. Das übliche Spiel halt. So, wir gehen jetzt hier rein. Hier müssen wir rein. Ihr seht ja, Menschen of Power. Und rein da. So, und da müssen wir halt einfach 10 Kills machen. Wie ihr seht, noch stehen wir nebeneinander. Aber, gleich glaube ich nicht mehr. Wie gesagt, holt euch am besten einen Freund dabei. Er macht 10 Kills. Du machst 10 Kills. Und dann passt das Ganze. Oder ihr macht es mit mehreren. Aber, sprecht euch halt ab. Weil, es gibt ja immer noch Spieler, die keinen Creative machen. Wie ich zum Beispiel. Und von daher, so. Dann mache ich erstmal meine 10 Kills. Damit ihr seht, wenn es zählt. Ich hoffe nur, dass es auch zählt. Wenn nicht, wie gesagt, schreibe ich auch hier den Titel rein. Derzeit verbuggt. Wenn es wieder funktioniert, hole ich dieses verbuggt raus. Aber, ich will euch halt einfach nur zeigen, was ihr im Prinzip machen müsst. Also, wir spawnen ja wieder fünfmal in anderen Richtungen. Jetzt hoffe ich, dass ich mich noch schnell finde. Das ist halt das Nervige an der ganzen Geschichte. Also, am besten halt mit mehreren Spielen. Einer macht im Prinzip die ganzen Kills. Und dann stellt ihr euch einfach immer wieder an den selben Platz. Und so ist eigentlich die schnellste Lösung. So, wo ist jetzt hier mein Kamerad? Ist er überhaupt da? Ach, da kommt er. So, komm mal her. Stehen bleiben. So, wie ihr seht. Eliminierung 1 von 10. Jetzt muss ich nur gucken, ob er immer da hinten spawnt. Ne, er spawnt immer woanders. Das ist schon mal gut. Also, nur der Anfang ist nervig. Wie ihr seht, jetzt habe ich 2 von 10. Kommt am besten immer genau hier in die Mitte. Weil das am einfachsten. Da muss ich dich nicht suchen kommen. Ich bin halt immer an dem großen Baum in der Mitte. Also da, wo ich dich gerade schon getötet habe. Wo ist er denn? Ja, das ist halt dann schon ein bisschen nervig. Also, wenn ihr mit mehreren seid, wird ihr das Ganze natürlich 10 mal schneller hinkriegen. Ich denke mal, da werde ich auch einigen im Stream helfen müssen. Aber das werden wir schon hinkriegen. So, jetzt haben wir 2 von 10. Äh, 3 von 10, Entschuldigung. Ja, ich habe schon gehört. Äh, ich habe doch die Schritte schon gehört. Ach, da kommt er schon. So, 4 von 10. Na, wo ist er? Ja, ich glaube da hinten. Ja, da kommt er. So, 5 von 10. So, wie ihr seht, so könnt ihr halt das Ganze machen. Ich würde sagen, ich beende jetzt das Video. Wir machen das hier gerade noch fertig, dass wir beide die 10 Kills jeder haben. Und wie gesagt, gerne ein Abo dalassen. Kostet euch hier nichts. Und in dem Sinne würde ich sagen, viel Spaß mit den anderen Aufgaben. Was die verbackten Aufgaben betrifft, werde ich natürlich euch immer auf dem Laufenden halten. Wie gesagt, guckt euch am besten immer die Titel vom Spiel an. Ach, vom Spiel von der Aufgabe an. Da werde ich schon wissen, ob es funktioniert oder nicht. So, in dem Sinne würde ich sagen, haut rein.